Okay, das war jetzt keine DDoS Action wie das letzte Mal. Das war jetzt wirklich Vodafone. Das Kabelmodem hat sich einfach deshinkt gerade. Chat ist RIP, ja. Gut, was soll ich machen, ne? Chat ist RIP. Aber, warte mal, vielleicht kriege ich den Chat wieder zum Lauf, wenn ich das einen ausblende. Vielleicht, vielleicht connectet er sich gleich wieder. Naja. Mal gucken, mal gucken. Also das war auf jeden Fall jetzt kein DDoS. Gut, habe ich meine IP irgendwo geleakt, Leute? Habe ich meine, habe ich eine IP, Big IP Leak gemacht? Ne, habe ich nicht, oder? Oh, super, jetzt, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es aber geleakt, super, ganz, ganz grandios. Hat ja, hat ja wunderbar funktioniert. Schön von Frankfurt bis Düsseldorf eine Störung. Ja, wir gucken mal kurz Twitter, ob es da irgendwelche Vodafone geschickt wird. Weil das, das sah nicht nach, das sah nicht aus nach, ähm, irgendwelchen DDoS-Geschichten, sondern ganz normal nach Vodafone, weil Kabelmodem deshinkt und sowas. Ah ja, guck mal. Alles Störung. Wow. Okay, RIP. Vodafone, RIP. Wenn man nach Vodafone sucht, ist hier, guck mal, ist irgendwas mit Vodafone gerade? Ich und mein Mate disconnecten ein, gleichzeitig. Tja. Okay. Das, wie gesagt, war meine, war auch meine Vermutung. Es lag an Vodafone. Vielleicht, vielleicht, passiert dir in der Karte das gleiche, wie der Telekom, was ich gerade erzählt habe. Nee, das kann nicht sein, dann wird es nicht so schnell wieder gehen, aber das wär's jetzt. Ja gut, was mach ich mit dem Chat jetzt? Der Chat ist jetzt, der Chat ist jetzt broken. Kann man hier refreshen? Refresh Browser when scene becomes active. Jawohl. Ah. Chat. Wir sind back. Chat back. So, okay. Wo sind wir denn jetzt stehen geblieben? Nachdem Vodafone einfach die zynkt hat. Ganz vergessen. Äh, ja. Irgendwo. Irgendwo hier. Wenn den Trick die China-Chinesen erfahren. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht aktuell so das Problem. Ich weiß nämlich nicht, inwieweit, ähm, BGP-technisch den... Vice Champ ist noch da. Ja, das lag in meinem Vodafone, dass da ich hingekommen bin. Das war, das war ab, abkacken mit Ansage. Hier ist der Link. Okay, schick ich dir gleich. Ähm, ich weiß nicht, wie hoch so das Vertrauen in chinesische Provider ist, BGP-technisch. Keine Ahnung, ob das ein größeres Problem ist. Aber ja, die China-Chinesen sollten vielleicht auch nicht miss-announcen. Oh ja. Für ein ganz großes Default-Bild hier gewesen. Also, ab 1. August erhöht sich der Preis für neu erstellte Floating-IPs. Okay, das dachte ich mir. Ach, für neu erstellte Cloud-Server, wie unten angegeben. Das ist der... Oh, das ist aber teuer. Naja, okay, was heißt teuer? Aber teurer. Das ist teuer. Doch, das ist echt teuer. Also, ich meine, insgesamt geht das immer noch klar. Aber das ist schon nicht... Das ist schon ganz ordentlich teuer. Teurer, ja. Wann kommt das nächste Tipp-Video für angehender Anzug? Ich versuche das irgendwann am Wochenende noch zu machen. Mal vorzuschieben. Weil ich weiß, dass für viele erst der erste bzw. 2.8. Arbeitstag ist. Erster Arbeitstag ist. Preise für Server erhöhen sich... Na, Preise für Server erhöhen sich ja hauptsächlich wegen der IP-Adresse, oder? Weil die immer mehr Probleme bekommen, IPv4-Adressen zu bekommen. Hätte mir... Leute, ich verstehe es bis heute nicht, ne? Wir haben einen auf der Arbeit. Der hat früher beim DENIC gearbeitet. Und er hatte noch ein persönliches... Ich sage jetzt einfach mal, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was er hatte. Ich glaube, der hatte noch ein persönliches Slash12-Netz. Von seiner Arbeit da. Oder was heißt persönliches? Der hatte quasi noch... War Besitzer eines IPv4-Slash12. Was der hätte damit für Kohle machen können. Der hat es aber einfach... Stellt euch mal vor. Selbstlos wie er ist. Er hat das einfach zurückgegeben. Hat gesagt, macht man damit. Der hätte es nicht zurückgeben sollen. Er hätte erstmal Big Stongs damit machen sollen. Aber wollte ich. Er hat es einfach zurückgegeben. Ich weiß nicht, ob es ein Slash12 war. Vielleicht war es auch nur ein Slash20. Was heißt nur? Nur ein Slash20. Aber es war ordentlich, auf jeden Fall. Ja. Na gut. Dann wird es halt ein bisschen teurer. Warum verifizieren... Das ist eine gute Frage. Warum verifizieren die anderen Router nicht mit welchem Präfix... Was? Nicht wem welche Präfixe... Tja. Das sieht BGP so nicht direkt vor. Es gibt wohl Authentifizierungsmechanismen, die aber so gut wie niemand verwendet aktuell. Und da muss man wahrscheinlich extern irgendwas skripten und basteln. Aber Microsoft macht das nicht. Oder haben das nicht gemacht. Das wirft nicht unbedingt ein gutes Licht auf die Netzwerk-Admins von Microsoft. Das kann man machen, haben sie aber nicht gemacht. BGP kann man Packet Tracer simulieren. Gibt es den Packet Tracer noch kostenlos? Früher konnte man sich Packet Tracer installieren. Das ist ein richtig cooles Tool für Netzwerk-Sachen zum Üben. Download Packet Tracer. Oder braucht man da irgendeinen Account für... Probier das jetzt einfach mal aus zu installieren. 7...7...3...8...0... Dann sind wir die neuesten Packet Tracer. Du brauchst ein Cisco-Login. Und ein Cisco-Login kriegt man nicht kostenlos wahrscheinlich, oder? Hast du noch die Website? Ja. Hier, Preis-Champ. Aber wie gesagt, so wirklich aktuell mit Kaffeekarten ist er nicht. Also die, die drin sind, sind aktuell, aber die anderen nicht. Nicht wirklich. Okay, ich teste jetzt mal, ob man da eine Cisco-Login für braucht. Testen wir jetzt mal. Ah, nice. Sehr gut. Easy. GG. Lass mal updaten. Vielleicht bringt das was. Okay. Ich lasse ich mal nebenbei updaten. Du musst, glaube ich, nur Student sein. Kann man das Cisco irgendwie faken, dass man Student ist? Kann man sich da anmelden und sagen, ich bin Student, ohne dass sie das überprüfen? Frage einfach den Sebaro, der kann sich da anmelden dann als Student. Ja, das wird schon irgendwie klappen. Das kann durchaus sein, dass er das machen wollte, ja. Ich gehe auch mal davon aus, es war irgendein Tippfehler. Ja, das macht nix. Ich muss nur, wie sagt man so schön, so ahead, ahead of the curve oder wie das heißt sein. Dann macht mir das nix. Ich muss immer der Erste sein, der mehr bekommt, dann ist es egal. Dann bekomme ich immer mehr. Stonks, genau. Ja, das ist letztendlich so. Du hast schon recht, also, Also, ich gehe auch nicht davon aus, dass wir IPv4 jemals, zumindest nicht zu meinen Lebzeiten abgeschaltet, oder was heißt abgeschaltet? Abgeschaltet wird ja da nix. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich zu meinen Lebzeiten noch erlebe, dass quasi IPv4 so unwichtig ist. Beziehungsweise, dass es komplett problemlos mit IPv6 alles, was man so machen will, läuft. Irgendwie sehe ich es einfach nicht. Das hätte schon die letzten zehn Jahre über passieren müssen und ist es nicht. Ja. Feels cozy, man. Das wäre natürlich cool. Wobei, die, ja gut, du bekommst eine IPv6-Adresse, das stimmt, aber du kannst IPv4 wahrscheinlich nicht abhaken. Apple Mobile Apps müssen IPv6 only funktionieren. Das kann ja sein, aber das bringt dir nix, wenn du eine Webseite aufmachen willst, die nicht IPv6 angebunden ist. Ja, es sind theoretisch alle IPv4-Adressen schon vergeben, aber es gibt einen regen Handel mit IPv4-Adressen. Also man kann noch IPv4-Adressen bekommen. Das ist dann eventuell teilweise auch ein bisschen halboffiziell. Aber das geht. Und das machen auch viele noch. Was sagt ihr, Leute, was sagt ihr zu dem Emote? Brauchen wir das? Das kann man, glaube ich, noch ein bisschen verschönern. Oder? Ist das so? Ja, komm, wir machen das jetzt rein. Bettge. Das geht besser, finde ich auch. Das können wir noch ein bisschen schöner machen. Ich finde das sehr gut, das Emote, aber ich glaube, das können wir noch ein bisschen schöner machen. Dass der lacht, finde ich schon mal gut. Aber ich mache es vorläufig rein. Speichere mir das mal. Wie nennen wir das? Wupp. Bett. Ich mache das von vorläufig rein, Ahmsteam. So, ich wollte jetzt gucken, ob ich den Packet Tracer installiert kriege. Packet Tracer. Und wie man sich da anmelden kann. Nö, gibt es nicht. Okay. Ups. Also den gibt es nicht immer zum Installieren. Dann ist der Leben jetzt einfach was Altes, was es wahrscheinlich noch gibt. Den da. 6, 2. Bam. Yes. Eww. No. Okay, da muss ich mal gucken. Zumindest das Packet Tracer wäre eine coole Sache, um das mal auszuprobieren. Bin ich beruhigt. Wie gesagt, ich gucke, dass ich das am Wochenende hochgeladen kriege. Das wird in nächster Zeit schwierig. Also es wird ja immer besser bei Grafikkarten, oder wurde jetzt besser. Aber die ganze Knappheit macht halt alles saumäßig toll. Bei uns auf der Arbeit ist es mittlerweile schon so schlimm, dass die gar keine neuen Notebooks mehr bekommen für die Mitarbeiter. Die versuchen neue Notebooks zu kaufen und kriegen keine. Ja, dass die China-Chinesen H2-IPv6 pushen, wundert mich nicht. Die sind ja late bei der Party gewesen, ne. Das heißt, die kriegen umso schwieriger IPv4. Hast du das Projekt? Ja, das kenne ich schon. Äh, hat mich jetzt aber nicht so überzeugt, weil es ein ziemliches Gebastel ist. Ich hab mir ne billige, ich hab mir ne billige KVM, ne billige Remote, äh, Remote, ähm, ja, wie nennt man das? Es ist ja nicht wirklich ne KVM, es ist nur für einen Server. Ich hab mir so ne billige Remote-Lösung gekauft. Stöpselst du per VGA oder HDMI oder Displayport dran. An Rechner und per USB und dann kannst du dich über den Browser dran connecten. Also, so als würdest du davor sitzen. Irgendwie 120 Euro auf Ebay, irgendwas Gebrauchtes gekauft dafür. Das find ich besser als dieses selbstgebastelte Ding. IPv1, nein, wenn du was Neues machst. Wie wär's denn mit IPv5 in dazwischen? Das haben wir noch nicht. Das machen die einfach wie IPv4. Die behalten quasi den ganzen ollen Scheiß, den die Leute mögen an IPv4. So von NAT bis, bis dem ganzen Müll, der bei IPv4 drinne ist. Und machen einfach nur mehr Adressen. Das wär doch mal ne Stolz-Lösung. Vielleicht sollten wir das verkaufen. Ich mein, es gab auch erst 10G. Guckt mal, bei Netzwerk für daheim. Es gab auch erst 10G. Und jetzt gibt es 5G und 2,5G. Warum sollten die nicht jetzt, wenn sie merken, okay, wir versuchen seit 20 Jahren IPv6 durchzusetzen und es klappt nicht. Warum sollten sie jetzt nicht einfach IPv5 machen? Oder IPv6 NG. Oder sowas. Ja, ich suche mir für die Badges welche. Für das, dass du keine Ahnung hast, sind die, die wir haben, aber nicht schlecht. Gab es das? Habe ich nicht, habe ich nicht verfolgt. Naja. Bei der Gelegenheit erstmal ne Runde Aquarium entspannen. Also der Titel ist heute by the way Programm. Also ich habe mich jetzt über ein paar aktuelle Sachen ausgelassen. Und jetzt habe ich absolut keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Ich habe gedacht, ich komme einfach nur mal on und gut ist. Kein Stream ist ja der Eis. Hacker-Man-Action. Ja, was soll ich denn, Hacker-Man? Mach mal einen Vorschlag. BDO-Kreisel. Habe ich BDO? Ich habe BDO gar nicht installiert. Ne. 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 P.O.A. habe ich auch nicht mehr installiert. Alles runtergeschmissen. Ja, wie gesagt, das ist klar, dass sie das pushen wollen. Das wundert mich. Die Chinesen, die pushen ja in so ziemlich allem aktuell. Also wenn man sich, überlegt euch mal, wo die Chinesen technologisch gewesen sind vor, keine Ahnung, es reicht ja schon vor 20 Jahren. Da hast du die belacht, da hast du im besten Fall gesagt, du kannst dir irgendwelche billig kopierten und geklauten Produkte in China kaufen. Und heute bauen die in manchen Bereichen schon mit die beste Hardware. Guckt euch Xiaomi Smartphones an, guckt euch die Roborock Staubsauger-Roboter an. Also das ist schon lange nicht mehr so, dass die chinesischen, äh, Chinesen, China, Chinesen da Kacke herstellen. Die haben aktuell, finde ich, eine super Mischung aus Copy-Paste, Low-Price, äh, äh, qualitativ fragwürdigen Shit und richtig gute Sachen, die aber auch preis-leistungsmäßig meistens relativ gut sind. Also die Chinesen, es ist, es ist jetzt nicht so, dass man sich forscht, also technologisch, ich rede jetzt nicht irgendwie, was die sonst so machen, aber rein, rein von der Technologie her, werden wir uns darauf einstellen müssen, dass uns China, ich meine, eingeholt haben die uns ja fast schon. China ist halt groß, das braucht da alles ein bisschen, bis das dann auch komplett, äh, adopted ist alles. Aber, sag mal so, eingeholt haben die uns ja mehr oder weniger schon, mittlerweile. Die werden uns in den nächsten 20 Jahren aber sowas von abhängen, nachdem wir auch nicht in der Lage sind, irgendwelche zukunftsfähigen Sachen zu machen. Wir wollen ja lieber zurück in die Steinzeit, ja, anstatt zukunftsfähige Sachen machen. Äh, die, die werden uns sowas von abhängen, das können, so schnell kannst du gerade gucken. Fangen am 1.9. eine Ausbildung zum Fachinformatik-Anwendungsentwicklung an, dank dir, nice. White, pepo happy, ja, sehe ich auch so. Richtig, Hackerman, geht los. Äh, die machen IPv6-NAT, zep, zep, b, kann ich mir gerade vorstellen. Wer macht denn IPv6-NAT? Äh, ja, das kenne ich, das ist, das ist auch dieser Netzwerksimulator. Da braucht man aber ein echtes BIOS von den, von den Netzwerkgeräten und sowas. Da finde ich diesen Packet Tracer schon deutlich cooler, dass du dann auch ein GUI dabei hast, wo du dann siehst, wie Pakete lang laufen und sowas. Und das ist nicht ganz so kompliziert. Kennst du Crossing? Ne, sagt mir nix. Ach, Cross-NG. Ne, was, keine Ahnung. Aber NG ist, ist, sag mal mal, ein beliebter, in der Open-Source-Szene beliebter Name für Projekte, die geforkt werden. Die heißt dann immer NG. Das wird nix mehr. Also, der, äh, äh, mit dem Kaboom vielleicht, um den Krieger habe ich wenig Kontakt, der Fabian hat keinen Bock mehr, was aufzunehmen. Für, für YouTube. Ja, genau. Giga, Giga-Set, Giga-Set-Deckt-Telefone. Eindeutig. Technologieführer. Es wird über früher, es wird über kurz oder lang so sein, dass wahrscheinlich Leute freiwillig hier, äh, Mandarinen bzw. Chinesisch lernen, weil sie dort besser ihren Kram verkaufen können. Schauen deine Kollegen deine Videos, ähm, teilweise, sehr wenig, wenig, wenig. Ein paar Wissens, ein paar Wissens, ein paar gucken auch. Beispielsweise letztens erst mit dem Azubi telefoniert, mit dem letzten Azubi, den wir noch haben. Der hat gesagt, der hat mal ein Video geguckt, wo ich erzählt habe, wie viel ich verdiene. Natürlich bestes Einstiegsthema überhaupt. Aber ansonsten gibt ein paar, die gucken. Aber die meisten wissen das nicht. Der Chef schaut zu. Das ist theoretisch möglich, von dem weiß ich, dass der öfters mal Twitch guckt. Jetzt nicht unbedingt bei mir, aber Twitch. Warum war das neueste Video kein IT-Mythen? Nee, weil es, weil es Mythen die Mehrzahl ist. Genau, weil es so ein Mythos war. Und der Titel ein bisschen besser ist, weil, weil Clickbaitiger, obwohl der Inhalt stimmt. Ja, aber wenn du mal guckst, wie viele die schon versuchen, die, die versuchen sich ja da, die kriegen es vielleicht noch nicht richtig gut hin, aber gib denen mal noch ein paar Jahre. Sie versuchen ja auch schon eigene CPU-Architekturen und sowas. Also, die Chinesen haben halt einen großen Vorteil. Die haben Leute in Massen und die haben auch weniger Probleme. Man kann das jetzt als Vorteil oder Nachteil sehen, ja, aber ich sag das jetzt einfach mal. Die haben da auch weniger moralische Probleme bei manchen Sachen. Ich drück, ich drück das mal so aus. Das wird entweder gemacht oder, keine Ahnung, du fliegst ins Betonfundamenten und wirst einbetoniert, so nach dem Motto. Jeff, keine Ahnung. Haben die auch nicht, haben die. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Aber ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Chinesen das früher oder später auch merken werden, dass sie, dass sie an Umweltschutz nicht vorbeikommen. Das kann aber noch dauern und ob das rechtzeitig passieren wird für irgendwas, sei mal dahingestellt, ja. Aber früher oder später kommen die da wahrscheinlich auch nicht dran vorbei. Aber aktuell, ja, ist das denen ziemlich egal. Wobei ich mir da gar nicht mal so sicher bin. Man hat ja schon öfters gesehen, sobald es den Leuten ein bisschen besser geht, ja, dass sie nicht mehr von tagtäglich quasi ans Überleben denken müssen, dann sind die relativ schnell dabei, dass sie sowas auch nicht gut finden. Mal gucken, mal gucken, wir waren mal gespannt. Zumindest, was ich eigentlich sagen wollte, ist, die haben uns mehr oder weniger, was Technologie angeht, schon, schon mehr oder fast eingeholt. Vielleicht nicht überall, aber fast. Und die nächsten 20 Jahren, wie, machen die uns, machen die uns platt. Und wir sind ja aktuell eher damit beschäftigt hier, uns selbst zu zerfleischen mit irgendwelchen Themen, anstatt die Weichen so für die Zukunft zu stellen oder mal zukunftsfähige Technologien zu entwickeln. Oder sich mal wenigstens öffentlich Gedanken drüber zu machen, dass man sowas vielleicht tun sollte, ja. Aber wir zerfleischen uns aktuell richtig krass selbst. Das machen wir aber nicht nur. Wir in den USA ist das auch so, wenn, wenn, diese ganzen, diese ganze Selbstzerfleischungsbewegung kommt ja halt so ein bisschen aus den USA. Ähm, da haben die Chinesen kein Problem mit. Ja, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Weil, wenn doch unmittelbar, also das, das, das leuchtet, das leuchtet mir auch nicht ein, warum man das, warum man das in dieser Reihenfolge machen will. Ähm, Kohlekraft ist doch erstmal zumindest kurzfristiger. Ja, also, erzählt mir, vielleicht habe ich überhaupt, vielleicht liege ich auch total falsch, aber das verstehe ich nicht so genau. Ähm, Kohlekraft ist doch auf jeden Fall kurzfristiger, klimatechnisch das größere Problem. Ja, du hast bei Atomkraftwerken natürlich das Riesenproblem, dass du nicht weißt, wohin mit der ganzen Scheiße. Aber, wenn es jetzt gerade so das unmittelbare Klimaproblem ausgelöst wird mit von Kohlekraft, dann ist halt die Frage, okay, wenn wir jetzt unmittelbar damit größere Katastrophen abwenden können, warum macht man es dann so rum und nicht andersrum? Das verstehe ich auch nicht. Leuchtet mir nicht ein. Und dass es Probleme gibt, streitet da mittlerweile, wohnt kaum auch noch eine ab. Die Frage, um die sich es aktuell dreht, ist eher, ähm, wo drüber diskutiert wird, äh, kann der Mensch was dafür oder nicht? Also, die Sache mit, wir bezweifeln, dass es so was, dass es Klimawandel was gibt, sagt ja eigentlich kaum noch einer. Ja, da hast du auch, da hast du auch Leute, die teilweise übelst und schwach sind, äh, erzählen. Aber ich kann mir nicht, bei Trump weiß ich, der erzählt ja auch, man soll, ähm, Desinfektionsmittel trinken und sowas, ja. Und klar, die AfD hat sicherlich auch viele, ja, Leute, die sehr weltfremde Sachen erzählen, aber dass die eben zum überwiegenden Teil sagen, dass es den Klimawandel nicht gibt, das kann ich mir nicht mal bei denen vorstellen. China-Chinesen-Virus, ja. Naja, gut, ich will es jetzt nicht zu sehr aus, das ist immer ein schwieriges, anstrengendes Thema. Ich, ich bin, was machen eigentlich so die aktuellen Umfragewerte? Umfrage, Bundestagswahl 2021, wie sieht das da so aus? Was hat man da so? Taugt die Seite was? Also CDU ist bei 28,2, Lullchat, äh, 18,4 die Grünen, die SPD, warum hat die SPD eigentlich so viel? Das ist für mich die unsympathischste Partei von allen. Das kann ich, das verstehe ich nicht. Das habe ich keinen Schimmer. Haben die mehr als das letzte Mal? Ne, oder? Warum haben die überhaupt noch so viel? Also ich habe es ja schon öfter gesagt, ich, ich, ich tendiere, ich, ich tendiere tatsächlich, äh, aktuell zu, ich will mich da jetzt aber nicht länger drüber auslassen, weil ich weiß, es sieht jeder ein bisschen anders aus. Ich persönlich tendiere ja aktuell zur FDP, ähm, mal gucken, ich bin mal gespannt, mal gucken, ob mich noch jemand überzeugen kann, dass ich wirklich sage, so wirklich überzeugt haben die mich nämlich auch hundertprozentig nicht. Vielleicht kommt ja noch irgendwie, vielleicht, ich gucke ja in letzter Zeit auch immer öfters ein bisschen, äh, Fragerunden und sonst was, sonst was, vielleicht kommt ja noch irgendeiner, wo ich sage, ey, das überzeugt mich jetzt richtig und nehm noch was anderes. Ja, ohne Scheiß, das habe ich sogar mal gemacht, also ich habe ja mal eine Zeit lang, äh, Piraten für Internet gewählt und, und Zeug, ähm, ich würde auch sowas wie die, wie die Tierschutzpartei wählen, ohne Mist, das Problem ist nur, das hat, das ist verschenkt, die haben keine Chance irgendwie da reinzukommen, die Tierschutzpartei, und dann ist deine, ist deine Stimme im Endeffekt verschenkt, weil, das wird ja alles rausgerechnet, also, wenn jetzt, wenn jetzt ganz viele, wenn jetzt ganz viele Leute nicht wählen, oder, sag mal, ungültig wählen, nicht wählen, oder, ähm, na gut, nicht wählen taucht dann nicht auf, sag mal, ungültig wählen, oder, oder, keine Ahnung, so Kleinparteien wählen, dann hast du das Problem, dass du dann beispielsweise auch Mehrheiten hast, unter 50%, weil das aus, aus der Gesamtsumme dann wieder rausgerechnet wird, also, ähm, das bringt leider nix, ne, so, so, gerne ich vielleicht auch sowas vielleicht mal unter, hier, so, ne, so, sowas unterstützen würde, es ist halt verschenkt. Die sind richtig weird. Ich hab die Piraten vor 10 Jahren oder so gewählt, als sie neu waren, und ich vom Ansatz her das gut fande, dass es mal eine Partei gibt, die sagt, hey, wir setzen uns für Infrastruktur, Technologie und Internet ein. Die haben sich aber dann auch selbst, äh, irgendwie, eliminiert. Und seit, äh, den letzten paar Jahren interessiert sich ja keiner mehr für, die treten ja zum größten Teil sogar gar nirgendswo mal richtig an. Unter 5% ist bloated. Naja, ich bin echt gespannt, was da rauskommt. Also diesmal wirklich mehr, noch mehr als das letzte Mal. Ich hoffe nur inständig, dass es nicht nochmal auf, auf groß, wobei große Koalition kann es ja nicht mehr geben. Ich gehe davon aus, dass die Grünen mehr bekommen, als die Linken, äh, ja, Schwachsinn, dass die Grünen mehr bekommen, als die SPD, meine ich, nicht die Linken, mehr als die Linken, bekommen es auf jeden Fall, ähm, dass die mehr, dass die mehr bekommen, als die SPD, das heißt, die große Koalition in, 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 sozusagen, jetzt wäre ja CDU und die Grüne. Das wäre, wenn du die zwei Größten zusammen nimmst. Ja, aber, naja, keine Ahnung. Ich, ich bin, ich bin, ich bin echt mal gespannt. Ja. Ich glaube, das kann man so noch überhaupt nicht sagen. Es tut sich, also, gerade, gerade die letzten Monate, vermute ich zumindest, man wird sich da einiges tun, weil viele Leute noch unentschlossen sind und jetzt sagen, ja, das, das, jenes, ich weiß es nicht. Manche entscheiden sich ja, ich glaube, da gibt es sogar, äh, ähm, Untersuchungen zu, dass sich viele sogar auch sogar am letzten Tag oder auf dem Weg zum Wahllokal oder quasi noch, wenn sie den Stimmzettel vor sich liegen haben, entscheiden. Also, das ist gar nicht so klar, dass das so mit, so in die ähnliche Richtung kommt, wie jetzt, wie jetzt die Umfragen sind. So, Musik starten. Gut, aber, es ist letztendlich ein müßiges Thema, darüber zu diskutieren, weil es jeder ein bisschen anders sieht. Wobei ich es ganz gut finde, wenn man, wenn, wenn sich mal, wie soll ich sagen, wenn man, wenn die Leute sich nicht gleich wie auf Twitter an den Hals springen, wenn einer was sagt, was ihnen nicht gefällt, ja. Twitter ist ja ganz schlimm. Also, Twitter ist wirklich die schlimmste Plattform, die es gibt, so, wenn du mal wirklich zwei Seiten sehen willst, die aufeinander losgehen. Also, wenn du, wenn du Twitter, wenn du dir Twitter anguckst, also, wenn, also, wenn es nach Twitter geht, dann gibt es eigentlich nur noch Extremisten auf allen Seiten. Und man kann nicht mal so weit gehen und sagen, es gibt links und rechts, auf Twitter gibt es ja alles, ja. Links, rechts, oben, unten, vorne, hinten, aber extremistisch. Zumindest, wenn du dir, zumindest, wenn du dir die, die Tweets anguckst, die sind ja so krass drauf, die Leute auf, auf Twitter. Also, zum Glück ist das nicht repräsentativ für einen Großteil der Bevölkerung. Twitter sind so viele Leute instant ausgelöst, durch jeden Scheiß. Ja, ich bin übrigens immer noch der Meinung, obwohl ich Twitter immer flame, ähm, ich, das wird, wird das auch nicht, wird das auch nicht. Ähm, äh, obwohl ich Twitter immer flame, ich finde, Twitter ist immer noch die beste Social Media Plattform. Man muss halt seine Trends umstellen, also Twitter Trends auf Deutschland ist, äh, für den Arsch. Was? Ne, die gibt's nicht. Äh, die gibt's, die gibt's noch, aber die sind kaum noch am Start. Also, du musst erst mal die Twitter Trends auf Deutschland ausstellen. Ich hab's auf Andorra stehen, aber man kann's auch auf irgendein anderes Land stellen, wo vielleicht was vorkommt, was einen interessiert. Andorra hab ich, weil es ist einfach nie Trends in Andorra. Das ist der einzige Trend, also, den ich mich erinnern kann, in Andorra war letztens Tour de France. Ansonsten ist, Twitter Andorra Trends ist immer komplett leer. Das find ich sehr angenehm, weil immer, wenn ich in die Deutschland Trends gucke, hab ich wieder, äh, den, den, wie soll ich sagen, die geistige Elite vor mir, ja. Oder das halte ich nicht auf Dauer aus. Na, Reddit ist nicht so schlimm. Reddit kannst du dir ja wirklich genau aussuchen. Wenn du jetzt natürlich in irgendein Politikforum auf Reddit gehst, oder in irgendein, ja, du, wirst, wirst du wahrscheinlich selber wissen, äh, wenn du dann in irgendein Subreddit gehst, wo du halt sowas abgeht, dann klar, aber ansonsten ist es auf Reddit nicht schlimm. Reddit hat die übliche Forumskrankheit, die alle Foren haben, dass quasi mehr auf Fehler eingegangen wird, anstatt auf Antworten. Also sprich, wenn einer eine Antwort, also wenn du, wenn du eine Frage stellst auf Reddit, antwortet keiner drauf. Wenn du auf Reddit sagst, ich habe rausgefunden, es ist so und so und so und das ist nicht so, dann hast du 500 Antworten, die sagen, Alter, du kacknob, du hast keine Ahnung, du bist richtig stumm. So, also du, du musst eigentlich auf Reddit, wenn du die Antwort wissen, wenn du die Antwort für was haben willst, musst du behaupten, du kennst die Antwort und was Falsches hinschreiben, dann bekommst du die Antwort. Das ist, das ist so der Trick an, an Reddit. Wenn du einfach nur eine Frage stellst, klappt das in der Regel. Das ist übrigens bei allen Foren so. und dann hast du natürlich die üblichen Sachen, die in jedem Forum sind, die hast du natürlich auch auf Reddit, dass die Leute anschreiben, warum willst du denn sowas machen? Das ist eben eher die beste Forum-Afford. Nein, das macht man so nicht und dann postet dir einen eine 200 Seiten lange Config oder, oder sag dir, ich hatte das noch nie nötig, so zu machen. Ein bisschen Schwanzvergleich auf Reddit. Es ist übliche Forum-Sachen, aber an sich ist Reddit gut. Also ich würde sagen, Twitter ist für mich die beste Social-Media-Plattform, trotzdem, links, rechts, oben, unten, vorne, hinten, extremistische Leuten auf Twitter und Reddit ist die beste Forums-Plattform, obwohl die üblichen blöden Forums-Diskutierer am Start sind. Leider, was Reddit richtig sagt, ist das, finde ich, ist, ist das neue Reddit-Layout. Ich mag es nicht. Ich mag es einfach überhaupt nicht. Ich finde es richtig eklig. Leider ist Old Reddit auch schon ziemlich in die Jahre gekommen, dass es nicht nur nicht schön aussieht, sondern auch funktionell ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Und was der richtige Hypercancer, also um es jetzt mal wirklich übertrieben zu sagen, an Reddit ist, ist die Smartphone-App. Reddit hat sich ja überlegt, wenn man sie über die Suchmaschine aufmacht, dann kann man sich die Posts nicht mehr angucken. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in letzter Zeit auf dem Smartphone oder auf einem iPhone, da weiß ich es halt, weil ich kriege ja eins gestellt von der Firma, ich habe ein iPhone 11. Und wenn man da Posts auf Reddit aufmacht, dann steht hier jetzt als erstes drin, wollen sie wirklich in Safari durch, wollen sie wirklich in Safari fortsetzen? Dann sagst du, ja, fortsetzen in Safari. Und dann steht dann, dieses Subreddit kann nicht angezeigt werden, verwenden sie jetzt die App. Das fuckt mich richtig ab. Ich verwende auch eine Reddit-App auf dem Smartphone, aber nicht die offizielle Reddit-App, weil den Erfolg gönne ich ihnen nicht. Ich verwende auf iOS, äh, iOS Apollo Reader für Reddit. Reddit. Der Christian Selig, der ist Bigbrain, der kennt sich aus. Die, die verwende ich. Aber auch nur, weil ich Reddit den Triumph nicht gönnen will, dass ich ihre App verwende. Am liebsten würde ich es im Browser angucken. Ich finde das auch so bescheuert. Du suchst was in Google, du findest ja immer viel Reddit als Antworten. Das ist ja normal. Du suchst, du hast irgendeine, was weiß ich, programmieren, Netzwerk, Technik, du suchst irgendwas, findest einen Reddit-Post, drückst drauf in Google auf die Suchmaschine, kriegst du Reddit an und das erste, was kommt, ah nee, geht nicht. Das fuckt mich so ab. Also, das ist wirklich, ich weiß auch gar nicht, was Reddit sich dabei denkt. Das bringt ihnen doch nicht wirklich mehr User, oder? Weißt du, wirklich, das bringt Reddit? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, gut. Ja. Man muss einfach den richtigen Leuten folgen auf Twitter und diesen ganzen, dieses ganze gegenseitige runter- und niedergemache einfach nicht, sich die, nicht die Deutschland-Trends angucken einfach. Das ist das Beste. Die zerfleischen sich immer so selbst auf Twitter. Das ist richtig krass. Ich habe es nie für möglich gehalten, dass ich das machen muss, aber ich musste tatsächlich ein paar Leute ignoren und ein paar Leute bannen. Bannen, weil total dummes Zeug, wollte ich nicht sehen. Und ignoren, weil man kann ja so silent ignoren auf Twitter. Also Leute, die ich nicht wirklich ignoren will, weil ich nicht bannen will, weil ich nichts gegen sie persönlich habe. Aber ich folge Leuten, wo mich eigentlich schon interessiert, was die schreiben, aber die retweeten manchmal Leute, die ich partout nicht abkann. Und das ist dann schwierig. Hast du MSI gebannt? Stimmt. Ich muss mal, Leute, ich muss gucken, ob ich immer noch bei MSI gebannt bin. Moment, 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 Twitter, MSI, Sekunde, Sekunde. MSI Deutschland Gaming. Ich bin immer noch blockiert. Warum? Warum haben die mich immer noch gebannt? Guck mal. Was soll das? Warum? Ich dachte, die können mich endlich mal anbannen, aber nein, machen sie nicht. Ich weiß bis heute ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, warum. Ich habe mich über ihre RGB-Mainboards lustig gemacht. Das ist alles. Ich habe, ich habe mich zwei, dreimal über ihre RGB-Mainboards lustig gemacht. Da band man doch jetzt nicht jemanden für. Ich meine, was habe ich denn? Jetzt mal ernsthaft. Twitter. Ich muss jetzt mal gucken, was? MSI Twitter Deutschland. Ich muss jetzt mal gucken, was, was habe ich denn Schlimmes geschrieben? MSI Gaming. Was habe ich Schlimmes geschrieben? Das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Was, was habe ich Schlimmes geschrieben? Was, was habe ich denn, was habe ich denn überhaupt getan? Wo sie irgendwie MSI drinstehen. Das ist so alt. Das ist so alt. ja, sowas habe ich geschrieben. Wo ist das Problem da dran? Mal ernster. Blinken und leuchten Mainboards. Wozu? Danach wurde ich gebannt. Guck hier. Oktober 2016 und das habe ich Februar zu. Ich wurde wegen diesem Tweet gebannt, sonst zwischenzeitlich hatte ich mit dem nichts zu tun. Warum haben die mich dafür gebannt? Findet ihr, jetzt mal ernsthaft, findet ihr den Tweet bannwürdig? Chat, sagt mal ehrlich, findet ihr das bannwürdig, diesen Tweet? Ja, ja, es war mir klar, der Twitch-Chat sagt ja immer die Wahrheit. ist das schon Hate Speech? Ist das schon Hate Speech, Leute? Wenn ich die Twitter-Trends schon sehe, ok, hier weiß ich, klicke ich definitiv mehr drauf. Auf gar keinen Fall klicke ich auf diesen Trend in Deutschland drauf. Wer das ist, habe ich keine Ahnung, wer das ist, habe ich auch keine Ahnung. Bratwurst-Trend. Warum Trend? Nein, nein, Max, ich gucke nicht rein. Nein, ich gucke nicht in deutsche Trends. So, keine Ahnung, was das ist. Menschenfeindlich, oh ja, Twitter, Twitter ist menschenfeindlich in Person. Zalaza, weiß ich nicht, wer das ist. Ich kenne, Zalaza. Das war mal der Sidekick von Gronkh. Das Zalat macht Dinger. Beatmungsgerät, Trendet, ok. Und Falk. Ok, ich finde es schon mal, es scheint ganz ok zu sein, aktuell. Tja, aber wie gesagt, keine Ahnung, warum ich gebannt wurde, ich war es nicht. Wer weiß, wer weiß, ja. heute wird alles gecancelt. Instant, instant, rekt. Ja, Apollo Beste. Da muss ich übrigens auch demnächst wieder einkaufen, weil ich habe keine Spaghetti mehr. Muss, ich muss Spaghetti kaufen. Guck mal hier, ich kaufe wieder diese Webseite, so paints champig, Alter. Mom's Spaghetti. Was ne Webseite, ja. Ja. Nee, die nicht, die nicht. Die da. Spaghetti. Anzahl Kartons. Okay, man braucht 100 Euro für Versand, für kostenlosen Versand. Sechs Kartons, sind das 100 Euro? Wo sieht man, Alter, die Seite ist so schlecht. Nein, reicht nicht. Bam. Sieben Kartons, das kann ich doch im Leben nicht. Ich kann doch keine sieben, sieben Kartons Spaghetti futtern. Also sieben Kartons sind jeweils ein Karton, gleich, äh, sechs, sechs Spaghetti. Ich kann Spaghetti nicht schreiben. Seht ihr mal. Richtig, oi. Richtig, richtig, three head. Wie schreibt man Spaghetti? So. Das sind, guck mal, das sind sieben oder acht, wie viel waren es jetzt? Äh, sieben Pakete, jeweils sechsmal Spaghetti. Das ist, das ist zu viel. Das ist, 500 Gramm ist ein Paket. Da, da hab ich, da hab ich zwei Jahre Spaghetti, wenn ich das bestelle. Ja, das ist auch nervig. Das sind so Kleinigkeiten auf Reddit, die einfach abfacken. Genau. Manchmal hast du sogar das Problem, dass du einen Thread aufmachst, der hat nur fünf Antworten und trotzdem möchte Reddit, dass du sie ausklappst, obwohl, obwohl, wenn du sie ausklappst, sie dann auch noch falsch ausgeklappt werden. Chainlore, hast du gerade irgendwie ein Passwort in den Chat gepostet? Oder ist es Cheap Bait? Beim Chainlore bin ich mir immer nicht sicher. Ich trau dem auch zu, dass der einen Fake-Passwort generiert hat und dann so zu tun im Chat, als hätte er sein Passwort gepostet. Ich, ich trau, ich trau dir alles zu. rpg? Du meinst rgb, oder? Rot, grün, blau. Was wäre denn dann die, sagt mal Leute, was wäre denn eine rbg? rgb-koalition? Eine rbg-koalition. Was wäre das denn dann? rgb-koalition. Das wäre dann rot, grün, blau. Also, AfD ist blau, oder? Rot, grün, rot, grün, blau. Also, SPD, grün und AfD. Ja, eine äußerst wahrscheinliche Koalition, die rgb-koalition. Ja. Max, warum klingt deine Stimme gerade so jung? Weiß nicht. Klingt die anders als sonst? Zoomer. Zoomer, Max, heute. Das war klar. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, RGB-Mainbots sind Unsinn. Keine Ahnung. Ich habe mich aber auch nicht drum gekümmert, dass die mich irgendwie entbannen. Es juckt mich auch nicht. Ich mache mit MSI auch nichts. Hast du die neuen C++-Updates bereits gelesen? Guter Cheapbait. Guter Cheapbait, aber da falle ich nicht drauf rein. Für den Chat kochen. Ganz bestimmt, ja. Dann müsste ja der Chat zu mir nach Hause kommen. Nee, nee. Es gibt so ein paar Dinger, die wird es nie geben. Ich mache garantiert, ich mache garantiert kein Spaghetti kochen für den Chat. doch. Doch, Das mache ich nach dem Face-Reveal. Und das Face-Reveal, wisst ihr ja, ist bei einer Million Abos. Und bei zwei Millionen Abos mache ich dann, mache ich dann, äh, Viewer-Treffen. Was auch nie, was beides nicht eintreten wird. Ah, wir posten alle Passwörter, Passwörter, aber jetzt verstehe ich. Sehr gut. Exzellent. Mein Onlyfans. Mach mir, das, ich sage euch, nächstes Jahr, am 1. April ist es wieder, der, 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 Trollolol-Lacher von allen Streamer und Streamerinnen, dass sie jetzt schreiben auf Twitter, Leute, habt übrigens ein Onlyfans-Account gemacht. Haha, Lul, she baited. Das werden dann wieder 150 Leute an einem Tag machen. Und, dann ist es natürlich immer noch furchtbar lustig, sehe ich ein. Ja, ich weiß, aber das alte Reddit-Interface ist auch nicht der Weisheitsletzter Schluss. Das ist ja auch nicht, geil, das ist nur besser als das, als das Neue. Max, was hältst du von radikaler Ehrlichkeit? Hä, wie, was, du meinst, dass man immer exakt sagt, was man denkt und, und, ich, ich halte, also wenn du das meinst, halte ich das für äußerst unvorteilhaft in, in vielen Situationen. Sowohl nachteil, nachteilig für dich, als auch für andere Leute. Also, man muss jetzt vielleicht nicht den ganzen Tag den Leuten irgendwie was aufs Ohr erzählen, aber manchmal ist es sicherlich nicht verkehrt, manche Sachen wegzulassen oder sie etwas, in etwas besserem Licht erscheinen zu lassen, als sie eigentlich sind. Ist das eine Wette? im Prinzip nur eine Wette, wo ich sehr gut, relativ gute Chancen habe, sie zu gewinnen. Wann kommt das Schmink-Tutorial? Ja, das müssen wir den Fabian unbedingt mal wieder fragen, wenn er online ist. Ist er online? Chat, chat mal checken, checken ist, Moment. Ist doch Frasier am Start. Was? Ach so. Mon KS. Ich habe schon gedacht. Irgendwie hat Channel gelöscht oder so. So viele Anime Games, ja. Jetzt schibenden sie alle mit Passwörtern rum. Wisst ihr was? Dem Chainlaw würde ich sogar zutrauen, dass es echte Passwörter sind, dass er jetzt erstmal den Tor-Browser angeschmissen hat, sich irgendein Passwort-DB gezogen hat und jetzt echte Passwörter postet, so als würde er Cheebaiten und er Cheebaitet eigentlich gar nicht. Also quasi Reverse Cheebaiting der Cheebaiter. Versteht ihr, was ich meine? Triple Bait. Admin, Admin. Ja, da fällt mir auch, fällt mir auch was Lustiges ein. Ähm, ihr wisst, Boomer Gehirn, vielleicht habe ich euch das, habe ich euch das schon mal erzählt. Ich muss mich jetzt sogar ein bisschen überlegen, wie das, wie das genau war. Letztens haben wir eine Kiste gesucht und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das Passwort am Ende war. letztens hat irgendjemand bei uns angefragt, so nach dem Motto, könnt ihr mal so einen Uralts-Server wieder einschalten? So irgendwas, was es schon länger gibt, als ich überhaupt in der Firma bin. Und haben wir wieder eingeschaltet, sind wir nicht drauf gekommen. Und, äh, am Ende habe ich das Passwort durch reinen Zufall gepruteforced. Durch, durch reinen Zufall. Also ich hätte nie damit gerechnet. Ich habe mich versucht einzuloggen mit, ähm, per SSH und ich weiß gar nicht mehr, was das Passwort war. es war entweder 123456 oder 12345, ich glaube es war 123456. Und ich habe einfach, weil ich das gewöhnt bin von meinen Testkisten, habe ich gesagt, root at Passwort 123456 Bam. Bruteforced. Stimmt nicht, was ich euch erzähle. Stimmt nicht. Ich habe zwei Sachen vermischt, Leute. Ich habe zwei Sachen vermischt. Das war kein Server, das war ein Passwort für ein Zertifikat. Das mit dem Server war was anderes. Da mussten wir, mussten wir das Passwort resetten. Ähm, das wo ich 123456 aus Versehen Bruteforced habe, war ein Passwort für ein Zertifikat. Wo es, wo man es nicht importieren konnte ohne richtiges Passwort oder, oder entpacken konnte. Ne. Man konnte es nicht entpacken und man konnte es nicht importieren. So rum. Mit nicht mit dem richtigen Passwort. Und ich habe dann einfach gesagt 123456 und Instant Gings. Das war quasi, äh, der luckieste Bruteforced Dings of my life. Von Hand Gebruteforced First Try. 1, 2, 3, 4, 5, 6 versus 1, 2, 3, 4, 5, 6 was ist besser? 1, 2, 3, 4, 5, 6 besser. Wissenschaftlich erwiesen Best Practice. Wir wissen, also, es ist ja klar, man sollte möglichst viel erprobte Sachen verwenden in seiner IT. da muss man nicht so viel selbst erfinden. und 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist eindeutig Best Practice. Der Sys hat meinen Tag schon thematisiert. Nö. Ich weiß auch nicht, was ich da kurz zu sagen soll. Was soll ich da kurz zu sagen? Sys hat meinen Tag. Einzige, was ich dazu gesehen habe, heute war auf Heise eine Torte mit Pinguin drauf. Hatten wir doch erst letztens. Achso, C++ Stream, ja, wenn wir die ESP32 Kameradinger programmieren. Würdest... Nein. Auf gar keinen Fall. Also, und schon gar nicht als Programmierer oder irgendwie Level Designer oder gut, da habe ich keine Ahnung von, aber auf gar keinen Fall. Nein, würde ich nicht machen. Du wirst ignoriert? Wieso? Was denn? Wo dann? Was hältst du? Ja, da drum. Ja, Lull. Echt? Du hast was zuerst? Sehe ich nicht. Ist das die seriöse Frage? Habe ich doch gesehen. Nö. Dann weiß ich nicht, welche du meinst. Kein Rent über C++? heute nicht. Also, du kannst... Poste einfach nochmal. Ich habe keine Ahnung, wo. Vielleicht war es aber auch einfach nur Gebait. Nee, aber da hätte ich keinen Bock drauf. Das müsste ich mal ausprobieren. Terrox, Dankeschön für den Prime Sub. Äh, und 16 Monate Hyper Subscription. Das ist ja schon richtig lang. Ich habe wieder die Hälfte wahrscheinlich heute gar nicht erwähnt. Sorry, Leute, ich gucke mal schnell. Tommy 05, Dankeschön für den Sub. Der Herving ist auch am Start. Musti Freak. Und ein... Dev... Operator. Ein Dev Operator. Verliebt, Spiekt. Nildur hat auch Subscrib. Der Tain sah auch wieder 25 Monate. Hyper Subscriber. Meine Güte. Da nicht gesehen alles. Zauerei. Anzeige ist raus. Was hältst du von KeePass? Ich verwende das selbst. Ist ein sinnvoller Passwort-Manager. Ja, kann man verwenden. Ja, gerade... Das habe ich auch gehört. Gerade bei Blizzard ist es wohl ab 2013 ganz toll gewesen zu arbeiten. Da bin ich ja auch mal wahnsinnig gespannt, was da rauskommt. Die werden ja nicht von irgendwie 0815 Leuten verklagt, sondern das ist quasi der Staat Kalifornien, der Blizzard-Vertrag verklagt. Da bin ich wirklich mal gespannt. Und die Antworten, die CEO und was weiß ich, Inklusionsbeauftragte und was sie nicht alles noch haben, da geschrieben haben, war halt echt lächerlich. So nach dem Motto, man schreibt einfach, das was einem vorgeworfen wird, kann ja überhaupt nicht sein. Und man ist stolz, in so einer tollen Arbeit, in so einer tollen Firma zu arbeiten, weil sowas ja nicht passieren kann. Ach ja, und dann hat der Blizzard-Chef ja noch, oder ich weiß gar nicht, ob es der Blizzard-Chef oder der andere Typ, oder nee, das waren zwei Typen und eine Frau, die glaube ich die Mails geschrieben haben, aber Blizzard, weiß es jetzt aus dem Kopf nicht, wo sie geschrieben haben, sie haben jetzt Anti-Rassismus, Anti-Mobbing, Anti-Family, Anti-Anti- Sexismus und sowas, Training, Training und sowas, mir gedacht hat, jetzt, und damit hat sie es jetzt, oder wie? War das nicht Activision? Doch, das ist der gleiche Laden mittlerweile, seit zehn Jahren oder so. Also es war, ganz merkwürdige Statements, auf jeden Fall. Du siehst, schwarz für Overwatch 2, ich habe auch schon vor dieser Geschichte schwarz für Overwatch 2 gesehen. Da kannst du mal ein gutes MMO für dich programmieren, das stimmt, aber das kann ich wahrscheinlich gar nicht, weil ich überhaupt keine Erfahrung in der Spielentwicklung habe. Aber ich könnte sicherlich mit programmieren da dran. Ob da natürlich das ein gutes MMO wird, wenn ich es nicht entscheiden kann, also nein, ob es ein gutes MMO wird, wenn ich was nicht entscheiden kann, kann durchaus sein, aber nicht ein MMO, was ich gerne hätte, also so wie ich es mir gerne vorstelle, wahrscheinlich. Warum gibt es keinen Crap für Twitch-Chat? Wieso? Kein Problem. Nimmst einfach einen IRC-Client, Konsolen-IRC-Client, connectest dich zum Twitch-Chat und crapsst. Wo ist das Problem? Echte Hackermans machen das so. IRC-Only, Kommandozeilen, IRC-Only. Wenn du ein richtiger Hacker-Man wärst, dann hättest du wahrscheinlich schon ein Twitch-Add-On programmiert, was in einem Terminal Twitch-Emotes anzeigen kann. Also quasi Twitch-Emote to ASCII, ASCII-Art. You basic. Nein, bestimmt nicht. Im nächsten Azubi-Video geht es um den ersten Arbeitstag, habe ich im letzten Video schon gesagt und was ich für sinnvoll halte. Zum Beispiel eine der Sachen, die ich da erzähle, ist, wenn man vorausgehende Azubis hatte oder vielleicht noch welche, die Azubis noch sind, ist es sicherlich nicht verkehrt, mal am ersten Tag ein bisschen sich umzuhören, okay, was sind denn so die Dinger, die ihr verkackt habt beziehungsweise was sollte man denn auf gar keinen Fall machen oder wo sind sie hier besonders empfindlich drauf. Ich habe zum Beispiel am ersten Tag was gemacht, was ich bis heute nicht schlimm finde, wo ich aber gehört habe, dass sich Leute drüber aufgeregt haben. Ich habe am Telefon gesagt, ich habe mit jemandem telefoniert, irgendwie, keine Ahnung, 15 Minuten über irgendwas und ich habe dann beim Auflegen gesagt, ja und tschüss, ja und tschüss und da haben die gesagt, das wäre ja voll, äh, ach, keine Ahnung, haben sie sich voll drüber aufgeregt. Da haben sie sich voll drüber aufgeregt, das weiß ich noch. Da waren sie, waren sie getriggert. Ja, ich kann es verstehen, ich kann es verstehen, das klingt schon, das klingt schon ein bisschen unfreundlich, aber, was sie da für eine Ufriss drum gemacht haben, äh, hätte ja bloß noch gefehlt, dass sie mich zum Rhetorik-Seminar geschickt haben. Ich hätte auch, ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich hätte auch beim Auflegen einfach sagen können, tschüss dich, Aldo. Ne, da so eine Welle zu machen, ja, solche Sachen sind nicht verkehrt zu fragen. Oh, jetzt geht es ja wieder, das haben wir hier, self-made eyes, sagen schon, 13 Monate Hyper-Seminar, du bist schon so lange dabei, aber ich glaube, ich habe noch nie was von dir im Chat gesehen, aber trotzdem nice, dass du so lange am Start bist und du wieder subscribt hast, oder, oder selten, weil die meisten, die, sag mal, ein Jahr plus dabei sind, die, die im Chat aktiv sind, die kenne ich jetzt wieder ab und aber trotzdem cool, dass du so oft reinguckst, nice, Silent Summer, ja, muss ja nicht jeder den Chat voll spammen mit sinnlosen Zeug, Jane Law macht das schon für mindestens 50 andere Leute mit, kein Problem, ähm, physics, sag ich schon, für den Prime Sub, lulup, 96, 4 Monate, ne, social media manager, oder social media sachen, so, so marketing, strongs, dinger, würde ich nie machen, das ist echt, ich, 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 ich habe so eine Abneigung gegen solche Jobs und gegen das, was die machen, nicht gegen die Leute, kitkat, dankeschön, ah ja, aber richtig, ah ja, 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 hab ich, ich, das ist ja relativ einfach, äh, einzuschalten, ich hab das mal, als es noch nicht, wie soll ich sagen, ge, es ist ja nicht gekündigt, als es noch nicht, äh, ja, auf Eis gelegt wurde, hab ich mal folgende Sachen gemacht, mit Swarm, ich hab gesagt, Docker, Swarm, was sagt man, enable, äh, es gibt nen Befehl zum Einschalten, und danach hab ich mir gefragt, hab ich mich gefragt, warum genau hast du das jetzt eigentlich gemacht, und dann hab ich dich verwendet, nein, ich hab damit noch nichts wirklich gemacht, das ist wohl wahr, gerade, gerade in kleineren Umgebungen, da muss man hier, kann ich irgendwelche Kubernetes, Geschütze auffahren, aber Kubernetes zu lernen, hat natürlich den Vorteil, dass Kubernetes äußerst gefragt ist, Docker Swarm ist doch sowas wie Kubernetes, ja, es geht, es geht in die gleiche Richtung, aber Kubernetes ist die deutlich verbreitetere, und, äh, beliebtere, Technik, und Docker Swarm möchte selbst der Hersteller selbst nicht mehr unterstützen, Hast du schon mal was mit dem, ich persönlich nicht, wir haben auf der Arbeit Elasticsearch, und, äh, warte mal, Logstash Kibana, genau, haben wir, haben wir im Einsatz, das funktioniert erstaunlich gut, bis auf dann, wenn es nicht funktioniert, und wenn es nicht funktioniert, ist das Support von Elastic, äh, oder von dem, dem Hersteller, ich weiß gar nicht, wie die, wie die genau heißen, keine große Hilfe, das weiß ich noch, wir hatten mal das Problem, dass unsere Elasticsearch Cluster der Meinung waren, sie machen keinen Cluster mehr, und da muss man die irgendwie rausnehmen, und mit neuem Token synken, oder so, das ist total die Wissenschaft für sich, und der Support hat die unsinnigsten Antworten geschrieben, die war nicht hilfreich, aber wenn es funktioniert, funktioniert es gut und schnell, und ist echt nicht übel, ja, das ist doch cool, der erste Arbeitstag ist doch schon unter, ja, also für alle, die am 2.8. anfangen, wie kann man als Azubi einen guten Eindruck hinterlassen, also, ich kann dir nur sagen, wie, also, wie, wie das bei mir ist, so, und bei mir hinterlassen, er lässt, hinterlässt ein Azubi einen guten Eindruck, wo ich das Gefühl habe, der interessiert sich für das, was er macht, der interessiert sich für die Tätigkeit, und es geht nicht ins eine Ohr raus, und ins andere Ohr rein, und man merkt, der, wie soll ich sagen, also, ich will nicht sagen, man merkt, dass er lernt, das ist jetzt das falsche Wort, aber ich, ich freue mich, wenn das, was man mit einem Azubi macht, auf fruchtbaren Boden fällt, dann hinterlässt er auch bei mir einen guten Eindruck, also, wenn man sich mit dem 2 Tage was angeguckt hat, immer mal wieder, über 2 Tage verteilt, und er am 3. Tag sagt, ähm, was haben wir eigentlich nochmal gemacht, die letzten 2 Tage über, ich brauche das für meinen Bericht, dann macht es keinen allzu guten Eindruck, das konnte der Herr Endpunkt übrigens auch richtig gut, der hat mich wirklich mal gefragt, das ist kein Witz, der hat mich wirklich mal, ich habe mir mit dem eine Woche lang, Netzwerk Basics angeguckt, ja, und dann hat er mich gefragt, Max, was haben wir eigentlich nochmal gemacht, ich brauche das für meinen Bericht, na, ich bin auch ein bisschen, ich bin echt ein bisschen verarscht, vor allem, ja, also, das, das, das muss nicht unbedingt sein, aber wenn ich das Gefühl habe, dass das, was man mit dem Azubi macht, irgendwie auf fruchtbaren Boden fällt, oder noch besser, ähm, man merkt halt, dass er halt wirklich auch was draus gelernt hat, weil er ein paar Sachen halt, dann besser kann als vorher, das reicht mir eigentlich schon, ich habe auch keine Schmerzen mit, wenn mich Azubis nerven, also nerven, in Form von, mich, mich, mich Sachen fragen, ach, guck mal hier, so, ja, gut, wusste ich, wusste ich, dass viele sind, ich habe kein Problem, wenn die mich nerven, indem sie mich Sachen fragen, so nach dem Motto, was ist hiermit, wie funktioniert das, warum geht das, was auch immer, was mich, was mich nervt, ist, wenn sie mich immer die gleichen Sachen fragen, oder blöde, blöde Sachen fragen, so nach dem Motto, zum fünften Mal, zum fünften Mal das Gleiche, ohne, dass man gesehen hat, dass sie sich, dass sie sich versucht haben, nennenswert mit der Thematik auseinander zu, zu setzen, Ich habe den Paul übrigens, gar nicht gesehen, bis er fertig war, ich glaube, so ging es vielen Leuten, intern war das, eh, noch schlimmer, das war, weder, das war intern, zu jemand, der ein Büro weiter gesessen hat, also, naja, gut, nochmal, okay, ja, okay, dann machen wir nochmal, oder jetzt, jetzt, jetzt haben wir alle den Paul gesehen, jetzt können wir alle, jetzt können wir alle dran teilnehmen, das sind halt echt viele, ne, es sind echt viele, aber gut, ich meine, Content-Technisch ist es ja hier auch hauptsächlich mal, würde ich sagen, gerade, halt für so Leute interessant, wenn ich irgendwelche Linux-Krempel bastel, oder, vielleicht sogar irgendwelche, Mikro-Kontroller-Zeug, das interessiert ja nicht, das interessiert ja die meisten Leute nicht, aber ich muss ja echt mal sagen, es ist wirklich richtig Poggers, dass ich hier, ich hab mir ja letztens mal meine Statistiken angeguckt, wir haben ja, das hab ich gar nicht realisiert, wir haben ja relativ oft Streams, da gucken 400 oder 450 Leute zu, wenn ich irgendwas mach, letztens beim Linux-Server einrichten, für, für Einsteiger, haben 450 Leute zugeguckt, bis der DDoS anfing, also wenn der DDoS, wahrscheinlich hätte ich auch noch mehr bekommen, das ist richtig krass, vor allem mit dem Zeug hier, das hätte ich ja nie gedacht, was natürlich doppelt, doppelt, doppelt plus nice ist, ja, aber man muss auch sagen, wir machen ja auch oftmals, also ich würde mir das auch angucken, ich mache jetzt, ich gucke mir ja auch meine eigenen Videos, teilweise selbst an, nach einem Jahr oder so, und dann gucke ich mir das Video, und denke mir, ja, ist eigentlich nicht verkehrt, was ich so gesagt habe, und, ja, aber wisst ihr, was echt, zu ganz merkwürdigen Sachen führt, ich hatte letztens Twitch, auf, auf dem Handy, im Bett, habe geguckt, ähm, und irgendwie, wurden mir, ich glaube, ein Clip angezeigt, da habe ich ein Clip geguckt, okay, und irgendwie bin ich eingepennt, nach das, so, und die Clips, die laufen ja dann weiter, und irgendwie war es dann so, dass, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich, vielleicht habe ich auch aufs Display dabei gedrückt, man kann ja bei, man kann ja bei den Clips drauf, klicken, so weiterschauen, zumindest habe ich es geschafft, dass ich in meinem eigenen Stream gelandet bin, und dann lief mein eigener Stream, während ich gepennt habe, auf dem Smartphone, ey, das macht dich im Kopf fertig, du checkst überhaupt nichts, du denkst die ganze Zeit, warum hört man, warum hörst du dich selbst, das war wirklich sehr, sehr merkwürdig, habe ich letztens schon mal erzählt, ja, ihr wisst ja, ich erzähle manche Sachen öfters, ich kann mir das einfach nicht mehr merken, C++ Marketing, die bräuchten, ohne Scheiß, wisst ihr, was die wirklich bräuchten, was das C++ Gremium, oder, dieses C++ Standardisierungs, die, die bei C++, den Hut auf haben, was die wirklich bräuchten, ja, die bräuchten, nen Marketing Mensch, und, die bräuchten irgendjemanden, der gescheite, sinnvolle Roadmaps macht, und nicht diesen, diesen, diesen Shit, den die da, den die da produzieren, die letzten Jahre über, dass die sagen, ey, Scheiß drauf, dass wir jetzt irgendwie, die 85.000ste, was weiß ich, Abwandlung von Templates einbauen, wo kein Sau mehr durchblickt, sondern, dass die mal mit Basics anfangen, von aktuellen Sprachen, ja, zum Beispiel, dass du, dass du gescheites, Library Dependency Management hast, dass dieser ganze Header Shit wegkommt, der ja theoretisch, mit Modules, ein bisschen abgeschwächt, so, Alter, das ist so schlecht, naja, Sten, Sten Spoiler, danke für den Sub, Eingangshalle geht, wieder huge, ja, also sind wirklich, die allermeisten, sind hier aus der IT, natürlich sind alle willkommen, auch wenn sie nicht in der IT sind, wir sind ja inklusive hier, ich freue mich über jeden Zuschauer, und wenn, wenn ihr irgendwas aus diesen Streams hier mitnehmen könnt, freue ich mich, bin ich, bin ich schon happy, sind doch gar keine 69 Abstimmung, ja, ups, ich wollte es ausklappen, aber 80% war es am Schluss, das habe ich einfach instant geclosed, ach, ich kann es aber am zweiten Bildschirm gucken, ja, 80, 80 zu 20, also alle Chatter innen sind hier willkommen, ja, Ja, das ist nicht verkehrt, das schadet nichts, ähm, das war, ich kann mich an meinen, ich kann mich noch an meinen ersten Arbeitstag erinnern, Ich kann mich noch an meinen ersten Arbeitstag erinnern, da musste ich auf so eine Statusrunde, das hieß damals noch nicht, hatte damals noch keinen agilen Namen, das war ein ganz normales Statusmeeting, und da standen dann irgendwie 10 Leute im Kreis, und jeder hat mit Fachbegriffen um sich geworfen, wo ich das Gefühl hatte, die anderen verstehen das auch nicht, und ich erst recht nicht, das war ein ganz merkwürdiges Gefühl, aber ich habe über die Jahre über mittlerweile realisiert, dass das heute immer noch so ist, also, dass auf diesen Meetings die Leute irgendwie besonders schlau wirken wollen, und dementsprechend jeder, oder aber sich nicht darin reinversetzen können, dass keiner eine Ahnung hat, was sie erzählen, aber ich glaube, die meisten wollen besonders schlau wirken, dass dort die Leute absichtlich mit, mit den abgedrehtesten Fachbegriffen um sich werfen, nur damit die anderen es nicht verstehen, oder dass sie, dass man denkt, es ist cool, keine Ahnung. Ja, das könnte man, könnte man mal echt fragen, das gute Hetzner-Place, mit by the way, Ausrufezeichen Hetzner, wenn du noch 20 Euro Startgut haben, für seine Cloud-Abend-Weierbrauch hier, mit meinem Code, Weißt du, wo das steht? Äh, ja, Google. Das haben die selbst geschrieben. Docker, Docker wurde ja verkauft, und zwei Wochen später, wurde dann gesagt, ähm, Swarm juckt nicht mehr. Nee, das können wir aber tatsächlich machen, das ist eine gute Idee. Wo ich brauche jetzt noch Packet Tracer-Version, die funktioniert. Klar, jeder darf zugucken. Du darfst sogar als Agile, Agile, Head of Agile Coaching zugucken. Sogar, noch schlimmer, sogar BWL-Leute dürfen zugucken, wenn sie wollen. Wobei ich mir da noch überlege, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Aber ja, auch BWL-Leute dürfen zugucken. C-Sharp, würde ich empfehlen. Meine absolute Lieblingsprogrammiersprache. Aber wenn du eine Programmiersprache willst, die hip ist, und weit verbreitet, äh, wenn du Richtung AI und wissenschaftliche Sachen gucken willst, und Automatisierung, Python, wenn du Richtung, äh, Cloud, Tools, und, äh, Google stellst, gucken willst, dann go. Aber ich würde es C-Sharp empfehlen, ist meine absolut Lieblingsprogrammiersprache. C-Sharp ist eine Programmiersprache, die ist für Probleme aus der echten Welt gedacht. Was heißt Stelz? Äh, vergiss es. Komisches, komisches Wort, was ich mir mit dem Friseur zusammen ausgedacht habe. Hat keinen tiefen Sinn. Der Desktop, der ist Poggers. So muss das sein. Da findet man wenigstens was. ein Java würde ich nicht empfehlen. Da würde ich, also wenn ich heute JVM mäßig anfangen würde, würde ich wahrscheinlich Kotlin verwenden. und nicht Java. So Leute, ich habe den Chat durch. Alles klar. Leute, wir sehen uns morgen, aber wahrscheinlich morgen nicht. Morgen muss ich, äh, das Azubi-Video machen und das Telekom-Video. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht sehen wir uns morgen auch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Schauen wir mal. Bis dann. Macht's gut. Wir sehen uns. See you.